und des Vortus des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einen Stall um Mitternacht im Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht im Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Für Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht im Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht im Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht im Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht im Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria, mit dem Kinde lieb. Und allen deinen Segen gib. Amen. Amen. Amen.